...die nicht gespielt, wer hat tolle Spielsüge eingeleitet und wir sind alle zu einer Meinung gekommen. Das ist beim Torwart, wir waren beim Torwart an, das ist beim Torwart nicht unbedingt immer derjenige, der die wenigsten Torwart reinkriegt, um als bester Torwart ausgezeichnet zu werden. Wir haben heute einen Torwart, der schon ein paar reingekriegt hat, aber trotzdem auch unheimlich viel gehalten hat, den ich versucht und versucht den Spielaufbau herzustellen, der tolle Paraden gezeigt hat. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch zum besten Torwart, das von mir ist, dem Torwart vom SV Gürtemberg. Als Solingen und Tos Elf Greilwein zusammen gestanden haben, da war es nur ein Torwart. Aber jetzt seine Tore im Endspiel, das war jetzt mein Vereinsspiel, hat er sich dann gerade abgesetzt und so noch mal Elf hat Tos Elf Greilwein. Das hat sich eigentlich vom ersten Spiel aus abgezeichnet, wir waren uns sehr schnell sicher und das hat sich dann in den nächsten Spielen auch bestätigt. Wir sagen ein ganz großes Dankeschön fürs Kommen und ganz herzlichen Glückwunsch, die Nummer 17 von Eintracht-Solingen. Und wir sagen dann auch mal, vielen, vielen Dank fürs Kommen und ganz tollen Fußballbezeit, die Mannschaft von Eintracht-Solingen. Auch hier, wenn man uns sehr gut freut und freut, dass er auch dieses Mal wiedergekommen ist, herzlichen Dank für eure Kommen und für den tollen Fußball Eintracht. So, ich habe die Hinschüttel schon bei den Lehrern gesagt. Die Aufmerksamkeit, ich hatte Ihnen. So, dann müssen wir natürlich die Gastgeber zum Schluss machen. B-Mann-Solingen. Der Mannschaft von SV Rundgleich. Das ist Nummer 3 gerade. Coole Halle. Das muss man eigentlich so als coolsten Spruch des Tages sagen. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Letztes Jahr schon bei den News dabei, jetzt war der L2, die Mannschaft von Boris Vöbel. So, noch niemand, letztes Jahr schon bei den News dabei. Aber jetzt musste der wieder Kommener als FI und 2 Prozent unterhalten. So, und unser Gastgeber gleich jetzt mal zum Schluss. Auch ihr habt richtig tollen Fußball gespielt. Ihr habt euch super weiterentwickelt. Macht bitte weiter so, so Jungs wir euch brauchen auch für die Zukunft. Und die Medaille-Fix ist noch fröre Trainerin. Herzlichen Glückwunsch, F1. So, noch einmal vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es wäre schön, wir sehen uns im Moment gleich in knapp einer Stunde, wie das in Ihrem Turnier, mit den drei Mannschaften, Punktus Ende, mit der Premierstadt, das Recherbett, aber auch Mannschaften wie Ruppertal, SVG schon da sind, vor der Bogen, Victoria, Köln und Wilker Soberhausen. Und da tut sich gleich was auf dem Platz. Wir würden uns fragen, der Steiger von früher zu sehen. Wenn nicht, dann kann ich schön sein, dann haben wir den Tag. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und bis bald. Tschüss.